Willkommen zurück bei Endring. Willkommen zurück bei Isafelt in eine Schlucht. Weil du Sack mich einfach sterben lässt. Klar! Erst schubst sie anscheinend ein Pferd, dann lasse ich sie sterben. Hast du noch andere Beschwerden? Noch andere Fantasien? Ja, ich habe es gerade gemerkt, dass ich gemütet war. Danke euch. Dankeschön, Darkload. Hast du es gewunden? Also, ich bin im Turm. Ich bin! Tünde ich auf. Jetzt solltest du aber den Eingang benutzen können. Den normalen. Du musst nicht darüber. Doch, muss ich! Hier ist mir ein legendärer Zauber drin, den du brauchst. Die Frage ist, wo muss ich denn jetzt lang? Warte. Immer weiter geradeaus erstmal zur Wand. Siehst du da die Steine, die gelben? Mhm. Denen musst du folgen gleich. Du siehst, wo es ein Stück hoch geht, ne? Du siehst jetzt, siehst du auf dem Boden diesen Frost immer? Mhm. Den musst du folgen. Den Frost, auf dem Boden. Ich bin im fucking Tor. Oben ist ein legendärer Zauber, der auf dich wartet. Und du wartest natürlich nicht. Die anderen Regen. Der Urst der Regen. Lass mich raten, den kann nur Weisheit benutzen. Kommt hin. Fuck off. Du hast auch Wunder, ich hab Zauber, also fick dich. Ich bin aber nicht so das Wunderkind hier. Das weiß ich. Schön. Es ist ein Wunder, dass du denken kannst. Halt die Fresse. Lass teleportier dich mal zu Eisiger See. Näh. Ja, hopp. Näh. Warum? Einfach, weil es auch schwer geht. Warum kann man nicht einfach den Weg zurücklaufen und da die andere, und die andere Karton? Weil wir da auf einer anderen Seite sind und ich hab keine Map, weil ich die Map nicht sehen kann. Ohne, ich kann die Map nicht sehen, das weißt du? Habe ich markiert. Ah, Gott ey. Als ob man da nicht hin kann. Keine Ahnung, ich kann's nicht sehen, dauerlich. Aber ich weiß, dass auf dem Weg dahin sind. Ah, sehr. Was ist da? Ja, ich weiß, wo wir sind. Wir haben ja sowieso schon die Hälfte ausgelassen. Ist ja nicht so, dass ich dich hier überall hinbringen wollte, aber da wollte ja lieber woanders hinlaufen. Oh, Hund. Oh, Alter. Nee. Ich wäre ja zu intelligent, mir mal zu vertrauen, dass ich weiß, was ich tue. Nee. Aber wer glaubt doch schon den, der das Spiel oft genug durch hat. Oh. Oh. Oh, wir kommen da. Das war absurd. Oh, schau mal. Ja, wirklich hin. Oh, ich hab das Leuchtbarer neben der Karte aktiviert. Ich kann mich. Oh, Alter. Wir sind jetzt sogar hingekommen. Ich komm ja nicht weg. Da ist eine Kette über die du laufen kannst. Wo ist da eine Kette? Wo? Am Rand. Ja. du siehst du guckst schon wieder an der falschen stelle habe ich das guck ich ja auch aber jetzt kann ich zu dir was war das für mich mit roten augen würdest dann gleich endlich mal verflucht noch auf mich hören wenn ich die gerade ja ich bin baum rede an die bäume ist ja noch wenig da sind noch ein paar sachen nicht markiert du kommst überall noch in also fresse aber warte mal ich muss einmal deine welt verlassen und du musst die aber schließen und dann wieder öffnen habe ich die gerade vielleicht auch endlich mal weil das ich ganze zeit ohne karte rumläuft ist mir erpist mir irgendwann an ich gutes deutsch ich nichts wissen jetzt reite nicht weg du blöde läufstlichen boss rein wenn du weiter da rennst du reitest gleich in borealis rein wenn du weiterhin rennst ok viel spaß mit borealis was ist borealis ein freund das will ich aber wissen wo ist denn der weiter am rand an welchem rand an den schluchtmann nicht an den schluchtmann so real ja schön ist er ich sehe nix ich mache ja voll in der mensch von er aber weiß ich muss mich einmal hinsetzen die scheiß muss du musst jetzt gegen borealis gehen borealis oh gott ich bin tot warum lebst du noch ich habe keine ahnung ich habe keine ahnung übertreibt doch noch mehr ich habe mich sofort ins schlaf nicht gebracht genau ich habe mich schlaf nicht gebracht ja ich habe mich schlaf nicht gebracht ja mein fern war instant tot jetzt bin ich ich glaube du bist tot ja mein halbes leben war ja auch weg mein halbes leben war ja auch weg abonu wollte ja unbedingt borealis kennenlernen ja wollte ich ja auch ich wollte wissen wer das ist ich wollte auch wissen wer das ist ich wollte auch wissen wer das ist ich muss meinen trotzdem da hin ich habe meine sehnen da liegen ich habe mir alles töten alter hatte 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 wir aber ich denke der spiel verlassen damit ich auch mal mein fertigen wieder kriegt warum hast du mich dieses spiel so noch mal kurz zu und auf weil du kannst keine geister tierchen töten ist wieder auf ist wieder auf du kriegst kein wer du kriegst kein wer du kriegst kein wer du kriegst kein wer ja was soll ich dir dazu sagen hör auf zu grinsen du fettes stück hör auf zu grinsen du fettes stück ich seh nix colder zurück beliefs ich habe für mich legt für mich hör auf zurück in vor hin nicht Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelnung des ZDF, 2021 Untertitelung des ZDF, 2020 Ah, manchmal ist es ein bisschen schwer, sich an kleine Höhlen zu erinnern. Was geht, Hündchen? Hättest du jetzt kleine Löcher gesagt, hätte ich angefangen zu lachen. Oh, Farkel. Komm. Ah, keine Ahnung, Börder. Hier, das Ding können wir auch mitnehmen, ne? Siegelgefängnis des Fürstenanwärters. Jetzt guck ich gerade. Siehst du, dass das überhaupt hier unten ist? Irgendwo da war ne Höhle. Mann, wer weiß, wer weiß. Ich hab Alzheimer, das weißt du doch. Ja, ich weiß, weil hier gar keine Höhle ist. Die Höhle hab ich gefunden übrigens. Ich mag dies nochmal, weil da gar keine Höhle ist. Ich hab die Höhle gefunden übrigens. Das klingt wie ein kleines, verzogenes Kind. Hä? Ich hab die gefunden. Hä? Wie gesagt, zu dir hab ich diesmal keine Brille auf. Ich hab auch keine Brille auf. Ja, eben deswegen. Aber du hast gesagt, im Gegensatz zu dir, das hieß ich hätte eine Brille auf. Vielleicht bräuchst du eine, wenn du die Eingang der Höhle nicht findest. Ah, oh Gott. Ohnchen. Ja? Ich bin sicher, dass du morgen was du essen willst. Wie nicht? Ah, schön nicht. So, als wärst du netter. Ich komme. Ja, sag dir wie das verkackte Leuchtpfer, du Opfer. Wer hier ist? In der Höhle. So. Ja, ich komme jetzt erst nach oben zu dir. Ich kack dir ins Gesicht. Ja. Man kann da runterjumpen. Erschießt mich doch jemand. Nein. Das obliegt in meiner Verantwortung. Das habe ich irgendwie anders in Erinnerung. Ich weiß auch nicht warum. Ganz seltsame Sache. Jetzt in unserem Freundschaftsvertrag. Hallo? Ich habe keinem was gezeichnet. Ja, du warst besoffen. Klar, ich habe besoffen. Das eine Mal, wo du besoffen warst, meine ich. Ja, ist klar. Welche Drogen hast du denn, Nintus? Ja. 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 Ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht, wie er ist. Aber es ist auch nicht so. Ja, ich weiß nicht. Ich hoffe, ich habe ihn von dem Dumpstech. Das war wieder ein Clubstab, was ich nicht habe, oder du? Ja, kacke. Bist du. Hey. Finde ich kacke. Alle spielen die Diablo 4. Hm? Hm? Ich weiß gar nicht, was an Diablo 4 so toll sein soll. Es ist neu. Es ist der Nachfolger von Diablo 3. Ach wirklich? Wir gehen mehr auf Diablo 2 und es ist neu. Das hast du klar gesagt. War mehr schon drin, ne? Das ist der Turm. Oh schon, der Turm mit dem Turm-Türmer. Mit dem getrümpten Turm. Hm. Oh mein Gott. Na, 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 ich bin mal die Diablo 3. Oh. Oh. Ja, da werde ich die wieder drief, Gott. Kann ich erst das Pferd sterben und dann mein Leben weggehen? Heißer Beschisser. Ich glaube, du bist tot. Das war so ein Halt-die-Klappe. Mhm. Mhm. Ja, zwei. Mhm, mhm. I like it. Mhm, mhm, mhm. Die Süßigkeiten sind echt nicht gut für meine Zunge. Ich bin hier runtergefallen, warum fliegen die hier oben? Oh mein Gott. Wolltest du grad nochmal runterspringen? Bin ich! Dann bin ich jetzt dieses Mal wo drauf gelandet. So ne Scheiße. Was hast du grad gesagt? Ja, nix. Weg! Ja. Der Zauber ist frech. Selbst für deine Verhältnisse. Warum ist der Zauber frech? Weil er frech ist. Weil du den nicht hast? Mhm. Hat so viele Zauber mit schwarzer Magie und schwarze Flammen und all drum und dran und meine sind frech. Ich traf das ja auch. Ich traf das ja auch. Ah, der Dungeon. Ich weiß welcher das ist. Oh nein. Alter, bringen wir doch nicht gleich so hart ins Gesicht. Da. Das in meinem Ausbr Colombia und dem Wasserfodebitat finde ich gut. Ich will nicht reverberate ... D重 Ringing. Ja. Ich weiß ja, aber nicht neutralär. Wo ist dein Rufer? War oben irgendwas? Nö. Na komm, wo ist die Schnecke, die euch beschworen hat? Dahinten ist sie. Das ist cool, dass hier so ein kleiner Wald mitten im Untergrund ist. Wer hat das noch so ne Schnecke? Ja, die mach ich gerade. Nervige Viecher, aber. Ich mach meinen neuen Feuerball, auch wenn der ein bisschen amarschig ist. Ach, der Boss ist so nervig. Ich mag den ja überhaupt nicht. Mhm. Mhm. Ja. 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 Die braucht eine Version für den Oh mein Gott, ey, ich kam nicht mehr dazu auszuweichen. Was ist das? Ich brauche mal ein Foto von dem Fisch. Ohne Scheiß. Ich hätte gerne von dem Lied. Pass auf, da ist noch nichts vorbei. Oh, da kommt noch ein Lander. Die Karte Version. Okay, ich bin mal weg. Kann man einen schönen Blackie-Time genießen. Ich habe jetzt platt gemalzt. Die Attacke ist aber so unfair. Das ist aber so fucking unfair. Ihr hört nicht auf damit. Ja, man soll dich dazu sagen. Du bist gestorben. Hör auf zu lachen, du fette Stück. Ich sehe, dass du schon wieder am Fressen bist. Hä? Nehmer, nehmer. Wie war es damit? Nichts, man fragt mich. Warum ist ja voll mal so ein Loch? Doch, da bist du eben drum herum gelaufen. Nein, bin ich nicht. Doch, bist du. Deine Sehnen sind weg. Ist mir doch egal. Ich hätte sowieso nicht wieder. Oh, nein. Ne, 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 ne. Nein. Ihr blöde Messficher. Ne, 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 ne. Oh. Oh Gott. Geht nicht, da sitzt ein Hund. Ja, da drin einfach zum Bus reiben. Zum Bus reiben, zum Bus reiben, ja. Ich lag hier im Mund, der gerade auf der Kacke. Was ist das denn hier? Ich hab dir den Weg freigemacht. Ich hab dir den Weg, hast freigemacht. Lolo, lolo. Ja, du rittst mir hinterher. Ich klär dich ein bisschen. Oh. Du darfst mich allemal enttrieben. Ich gehe so irgendwo durch. Der zuvor kommt von der Kacke mit dem Mongos. Wuff. Was sind da mit, was war ich hier? Das abzuschlechen, das nimmst du gerne, wa? Ja, du rittst mir. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017